Hallo und willkommen zu meinem Shadows of Evil Trophäen Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie man die Trophäe überall Parasiten bekommt. Um diese Trophäe zu bekommen, müsst ihr 5 Parasiten töten, während man mit dem Zug fährt. Das habe ich aber hier in diesem Video nicht so geschafft, da ich hier noch keine rechte Waffe hatte und es war sehr schwierig, die während der Fahrt zu töten. Ich bin aber ganz am Ende dann einfach im Zug geblieben und habe alle gemessert, die in meine Nähe kamen. Also ich bin einfach nicht auf den Zug rausgegangen, habe alle noch gemessert und habe die Trophäe dann trotzdem noch bekommen. Also ist das hier ein kleiner Tipp für euch, falls ihr die nicht am Anfang töten könnt. Und ich würde es euch empfehlen, wartet einfach bis zur ersten Max-Ammo-Round, also so Runde 5, Runde 6, dürfen dann nur diese Parasiten spawnen. Dann geht einfach zum Zug, fahrt zur nächsten Station, versucht die während des Fahrens zu töten und wenn nicht, tötet ihr die einfach hier ganz am Ende und ihr bleibt einfach im Zug drin. – Oh, oh, oh.